gewandtheit verfassung intellekt entschlossenheit könnte ich auch welche stufe 5 erreicht hätte und die ressourcen dafür hätte und resistenzen okay aber verletziert sie es nur nicht so wirklich zeug zu verzaubern so hier geht es draussen zwar beim festungswall allerdings wollen wir hier rein wir sind sowas von gar nicht auffällig mit unseren waffen aber zum lück halten uns die leute hier für akulyten wir dürfen nicht nur nicht den hohepriestern über den weg laufen so wie dem da also die akulyten und die anderen priester als schwester verzeiht meine bebrechung aber ich glaube ich dass ich die schon mal gesehen hätte ich habe erst kürzlich mein gelübde abgelegt der peingrund so ist das da bei dir noch mehr rekruten ich verstehe welcher vorgesetzte wurde dir zugeteilt äh es ist mir peinlich das zuzugeben aber ich habe seinen namen vergessen der paladin ruht sich die stirn das team zieht nicht für einen akulyten sieh zu dass du solche versäumnisse bald abhilfe schaffst zumindest mit seinen teilen worten wenn sie sich der paladin ab um vorzugehen okay ich weiß immer noch nicht wie wir am besten in das zimmer reinkommen ich glaube hier gab es genau einen hebel so dieser gebrechliche alte priester ist über einen tisch gebeugt und vor verschreuten schriften und pergamenten umgeben der inhalt deren inhalt der mithilfe eines dicken knockels überprüft als du dich näherst schaut er mit feuchten augen auf also noch mehr besucher du gehörst dich zu den akulyten und einer der wächter bist du auch nicht seine stimme klingt wie ein trockenes krächzen was sie wenigstens zu einem eindringling macht dazu hat dich wohl kolsk angestiftet oder ja junge frauen gegen die verteidigungslinien der burg anrennen lassen das klingt ganz nach ihm erschüttert seinen kopf ach würden doch meine predigten solchen eifer hervorrufen und dennoch bist du hier was willst du von mir jaco ist in sicherheit er bat mich dir von der schnitzerei zu erzählen die du ihm gabst ich bin gekommen um redrick die stirn zu bieten hilfst du mir eigentlich bin ich nur gekommen diesen ort zu säubern du scheinst ja nicht viel von diesem karl kohls zu halten woher wusstest du dass ich im auftrag von karl kohls her gekommen bin das heißt ja nicht viel von karl kohls zu halten das ist es nicht die stimme mit seinen methoden einfach nicht überein wir kennen einander seit langer zeit ich erinnere mich doch daran als ein junger mann war das macht es noch viel schwerer ihn auf diese weise handeln zu sehen impulsiv blind nennt bei uns mit die stirn trotzdem alles seiner guten absichten haben er und seine anhänger mehr schaden als gutes bewirkt aber ich wünsche ihm nichts üben ist und da bin ich also mittendrin gefangen in die ihre macht kam eben ein knochen wiegen finger diese krise kann aber weder kohls noch redrick lösen im beisinn noch sterbliche männer wir müssen uns berat zuwenden denn er ist der zwingsgott der den sehen von goldteil frieden und ausgeglichenheit bringen wird deshalb müssen wir zu berat beten denn wenn wir das ende von weitwins vermächtnis erleben möchten da ist es wohl gut dass sein vorgänger die erwartungen gedämpft hat bewusst ist so dass ich im auftrag von koltz her gekommen bin wird man muss natürlich einen augenblick stummen meine augen mögen mich er im stich lassen mein verstand aber nicht kurs hat jeden verbündeten rekordiert ihn erfinden konnte und macht jetzt mit der stimmung der burg ernst der letzte angriff ist noch nicht lange her und wie du sehen kannst dieser katastrophal ausgegangen wie ich es vorher gesagt hatte kurs ist nicht bereit manche wahrheit zu akzeptieren und er versteht auch nicht aus welchen gründen redrick noch an der macht ist wenn er redricks festung einnehmen will benötigt er meine führung ich kann nur hoffen dass er zuhört jacko ist in sicherheit er bat mich dir von der schnitzerei zu erzählen die du ihm gabst nenn mars augen weiten sich mit plötzlicher vitalität schießt er nach vorne und packt dich am arm oder den göttern sei dank danke sehr ich hätte nicht gedacht dass jemand das heißt ich fürchtete er still den kopf ich wollte nicht dass er der bleichen ritterin so früh entgegentritt nenn mal zieht sich zurück und sammelt sich hier vielleicht wird dir das zur belohnung gereichen er zieht einen großen eisenschlüssel aus der rosen aromentasche und gibt ihn dir dieser schlüssel öffnet eine tür des kryptoriums erdeutert nach westen und von dort kannst du die kapelle erreichen und damit führst redrick ohne dabei auf zu viele wachen zu stoßen nimm auch dies hier ich habe nur wenige reichtümer anzubieten daher gebe ich dir was etwas nützliches bevor du gehst habe ich noch eine eindringliche bitte an dich trotz seiner mankus hat fürst redrick den göttern stets korsam gedient und er hat nur das beste für goldteile im sinn es könnte sein dass er seine ziele erreicht genügend zeit vorausgesetzt bitte zieh das in betracht bevor du gewalt anwendest was öffnet dieser schlüssel er ist der hauptschlüssel und etwa bringt dann bringt beim sprechen mit den händen er wird jetzt zwar nicht jede tür öffnen aber du kommst du den stufen die dir zur kapelle der des fürsten hinunter führen außerdem wird er alle türen entlang des hauptseils der burg aufschließen wenn du dort entlang gehst musst du dich aber auf schwere felsen kämpfe gefasst machen du hast mich viel zeit egal was deine absichten sind fürst redrick wird schon bald entdecken dass einer seiner gefangenen gekommen ist und dann wirst du das überraschungsmoment einbüßen ich dachte du würdest kors als herrn von redricks festung bevorzugen ich bevorzuge ihn da man mit weitblick ist kors aber wird von einem hunger nach macht angetrieben selbst wenn er damit gutes tun will er wird nicht von seinem glauben geleitet trotzdem er ist mein freund und daher bin ich bereit kors bei der wiederherstellung des göttlichen gunst für die lande goldtals zu unterstützen das heißt sofern röst redrick fällt wiedersehen gut was habe ich jetzt alles eingesackt ist es jetzt hier drin also hier wäre schon mal eine gute robe du ins robe ist schon besonders die haben eigentlich passt alle immer besondere rüstungen aber war nach typ sortieren oder habe ich gar nichts rausgenommen doch ich habe ausgenommen aber hab alles schutzschrift rolle habe ich alles aus versehen also gebrauch gas so hier sind sie okay ich muss campieren kann uns doch fast sagen hier können wir noch was können morgendämmerung klang trank der kleinen erholung was macht er noch mal naja abträgliche effekte also jetzt nicht so was besonderes eigentlich ein gegengift wenn man so möchte so wir könnten hier nach unten ich denke mal wir können uns jetzt hier frei bewegen können sogar das hier aufschließen könnten hier zur belagerungsplattform die ja leer ist bleibt genau da stehen schwester ohne reichs befehl verlässt niemand seinen posten wo willst du denn hin ich war unterwegs zurück zu meinem posten einen kurzen moment lang betrachtet sie dich in aller stelle und wo genau kommst du jetzt hier nehmen wir mal das erste weil was anderes habe ich nicht die priester blinzeln die verblüfft waren nun dann werde ich dir nicht länger im weg stehen möge bärach deinem frieden einen schnellen tod gewähren die priesterin eid ohne weitaus zögern aus deinen augen ok wir haben nicht die losung von ihm bekommen das ist das problem normalerweise hätte uns ja eine losung gegeben wenn wir zuerst mit ihm geredet haben bevor wir jacko befreit haben haben aber nicht gemacht deswegen haben wir keine losung bekommen und müssen uns jetzt so durch die leute binden so wenn wir uns entschließen würden redrick zu töten dann würden wir es mit dracula redrick hier oben aufnehmen müssen eisenhaut trank und jede menge geld und ja ich könnte zuerst mit redrick reden gehen dann würden mich alle in der festung in ruhe lassen zu dem verließ krypten halt schwester der burg wurden eindringen gesehen musste ich bitten mit mir zu kommen gewiss bruder sobald ich dazu hinterlagen bin der priester scheint deine antwort nicht zu verstehen die gründe für diese vorsicht sind auch klar worauf wartest du wir haben keine zeit für sowas wir müssen die eindringen befinden bevor sie unseren team bedrohen können der priester stottert einen moment lang als er seine gedanken zusammen versucht natürlich anders hätte ich es auch nicht vorgeschlagen dann durchsuche die halle ich werde die andere richtung gehen wir werden sie finden in schachteln unter dem altar wird süßer morschusshaltiger weihrauch aufbewahrt dann gehen wir mal hier runter da müssten wir auf der anderen seite von der abgeschlossenen tür rauskommen wenn das eine lange treppe direkt in die krypta ist ja und dann können wir die seite öffnen aber hier sind wir ja eigentlich durch wir können danach ja noch redrigs gesamte burg plündern ich glaube es kann nicht helfen ich hoffe es hilft es nebensessenzinfusion trank der macht und gold und edelsteinchen geld gekritzelte notiz ich habe dein geschenk erhalten unglaublich dass jemand so etwas auf pergament niederschreibt ich habe in der kapell etwas für dich hinterlegt aber bin ich wieder im falschen schädel herum ja das war der schädel den ich da geplündert habe bereits so mit polierten stahlschlüssel aufgeschlossen dann können wir runter die kapelle und von da aus direkt in den thron raum ja meister von berat günstigen perats leibwächter bogenschütze sie möge sich nähern fürst redrick der siebte gerüstet mit einem punkt von plattenrüstung und umgehend von mehreren wachen die dich alle mit stiller feilschacht anstarren beobachte dich von seinem thron aus seine augen wirken hohen und die blässe des hakelnden gesicht des meines lässt es im kontrast zu seinem dunklen umgekämpften haaren düster wirken so